... und dann kann man sich die Teile verknüpfen, wo es nicht läuft, so wird es mit meinem Chef, aber nicht ganz gut, kann das Regium pluralisieren. ... Musik ... 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 ... 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 Liebe Ausstellungsbesucherinnen, Ausstellungsbesucher, wenn Sie einmal Lust haben, ins Saarland zu reisen, dort entsteht in St. Ingbert derzeit in einer alten Baumwollspinnerei ein neues Museum, in dem Leben und Werk Weisgerbers dauerhaft erlebbar gemacht werden. Ganz ähnlich wie auch bei uns in diesem Jahr das Christian Schad Museum eröffnet wurde, so wird in St. Ingbert ein Museum für Albert Weisgerber eröffnet. Und St. Ingbert, ich habe es heute Mittag schon mal erzählt, ich kenne das, weil wir uns mal nach, als wir auf dem Wege nach Paris fahren, verfahren haben und auf einmal standen wir in St. Ingbert City, deswegen war mir der Name geläufig. Also es liegt im Saarland, es ist halb so groß wie Aschaffenburg, hat rund 35.000 Einwohner und es gehörte seit 1816 für rund 100 Jahre zum Königreich Bayern. Und somit kann man auch sagen, dass Albert Weisgerber ein Bayer war. Das vereinnahmen wir jetzt mal für uns. Ja und daher passt es natürlich auch geschichtlich ganz hervorragend, dass diese umfangreiche Sammlung hier nochmal in Gänze gezeigt wird, außerhalb St. Ingbert's. Denn wir in Aschaffenburg, wir sind ein bisschen früher Bayern geworden, wir sind seit 1814 Beute Bayern. Ja und ergänzt wird die Ausstellung heute bei uns in der Justitenkirche um wichtige Leihgaben aus dem Museum Georg Schäfer in Schweinfurt, der Pfalzgalerie in Kaiserslautern, dem Landesmuseum Oldenburg und der Hamburger Kunsthalle. Liebe Frau Fischer, wir wünschen Ihrem neuen Haus und vielleicht schaffe ich es dann mal auf richtigem Wege nach St. Ingbert, ohne dass ich mich verirre, nach Erfolg der Eröffnung genauso viel positiven Zuspruch, wie es derzeit unser Christian Schad Museum in Aschaffenburg erfährt. Es ist Aufgabe von Museumsleuten, dass sie den Blick geweitet halten, einfach um die Kunstgeschichte lebendig zu halten und auch um diese in all ihrer Vielfalt zu zeigen. Und Albert Weisgerber gehört eindeutig dazu und ich habe mich wirklich gefreut, dass ich diesen Künstler mich damit so ein Stück weit auch befassen konnte, weil ich kannte ihn nicht und Sie werden es sehen in der Ausstellung, es ist schon bemerkenswert, seine Bilder. Es hat mich tief beeindruckt. Ja, er war ein inspirierender, vielseitiger Künstler und es ist auch richtig, dass er nun posthum wieder zu Ehren gelangt. Ich freue mich auf den Vortrag und liebe Ausstellung oder liebe Besucherinnen, liebe Besucher, Ihnen wünsche ich eine inspirierende Ausstellung. Sie werden, glaube ich, viel Freude haben und uns allen gemeinsam wünsche ich einen schönen Abend. Sehr geehrte Bürgermeisterin Euler, sehr geehrte liebe Frau Fischer, sehr geehrter Dr. Schauerte, sehr geehrte Damen und Herren. Diese Ausstellung ist für mich etwas Besonderes, da uns der Künstler Albert Weisgerber, ganz der titelgebende Grenzgänger, uns einen komprimierten, ja, will man sagen, Ritt durch die Kunstgeschichte, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gewährt. Werke, die noch ganz dem Jugendstil oder ebenso der Fall, dem Impressionismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts verpflichtet sind, sind wiederum neben explosiven Werken, wir haben es eben gehört, zu sehen, die aber in ihrer Tonigkeit nie die Münchner Malerschule ganz verleugnen, die Weisgerber in seinen Anfangsjahren geprägt hat. So facettenreich seine Malerei, die sich aus einem steten Ringen um den ihm gemäßen Ausdrucksstil entfaltete, so facettenreich, wenn nicht widersprüchlich, war auch sein Wesen. Der Kunsthistoriker und Kritiker Wilhelm Hausenstein schrieb rückblickend nach seinem frühen Soldatentod, Zitat, Man darf bezweifeln, ob er jemals die letzte innere Verknüpfung mit anderen fand. Hundertmal sah man ihn mitten im Umtrieb geselliger Zusammenkünft in sich selbst verschwert, zurücksinken und sich absondern. Seine Freunde wunderten sich, wenn er unter den Kastanien des sommerlichen Hofgartens plötzlich aufstand und davon ging. Er raste in sein Atelier. Schon lange war er allein gewesen. Seine Augen gingen schon lange über den Horizont hinaus, als sehen sie etwas Gestirnhaftes. Vielleicht ist es das, dass der Grund, warum wir den Namen Albert Weisgerber nicht mehr so präsent haben, wie ein Ernst-Ludwig-Kirchner, hier auch in Aschaffenburg, aber insgesamt international, oder Franz Marc, die zwar der gleichen Generation angehörten, aber gemeinsam mit anderen gleichgesinnten Malern Künstlervereinigungen wie die Brücke oder den Blauen Reiter bildeten. Der Grenzgänger Weisgerber blieb in seinem Ringen ein Einzelgänger und fand trotzdem die Anerkennung seines künstlerischen Umfeldes, indem sie ihn zum ersten Präsidenten der neuen Münchner Sezession machten. Und so begegnet man dem Namen Weisgerber in den Publikationen zur klassischen Moderne immer wieder, hat aber aufgrund der vielgestaltigen Eurres keine kunsthistorische Schublade sozusagen, in die er zu passen scheint. Dieses Phänomen ist auch unter kulturhistorischem Aspekt sehr besonders interessant, zeugt es doch davon, wie selektiv die übliche stilistische Einordnung vorgeht und wie viel uns dadurch in der Rezeption verloren geht. Ähnlich kulturhistorisch interessant ist ein Werk der Ausstellung, das den Künstlern in Unteroffiziersuniform zeigt. Das Bild entstand 1905, ein Jahr zuvor hatte er seine Lebensgefährtin und spätere Ehefrau Margarete Pohl kennengelernt. Weisgerber hatte kein Gymnasium besucht, aber als Absolvent der Kunstakademie hatte er sich den Status eines Akademikers und damit die Berechtigung zum einjährig Freiwilligendienst erworben, den er 1902 antrat. Somit stand ihm auch eine Offizierskarriere offen. In der stark vom Militär geprägten Wilhelminischen Gesellschaft wollte er mit diesem Selbstbildnis vermutlich seine gehobene gesellschaftliche Stellung hervorheben, um sich als standesgemäß für seine künftige Braut und deren in großbürgerlichen Verhältnissen lebenden Familie, eine Bankiersfamilie, zu empfehlen. Ja, es braucht immer einen Übergang. Könnte es eine bessere Überleitung zu unseren Unterstützern der Ausstellung geben? An dieser Stelle. Wir durften uns bei dieser Ausstellung zweier verlässlicher, starker Partner gewiss sein. Der Sparkass Aschaffenburg-Alzenau. Hier möchte ich stellvertretend für das gesamte Direktorium, insbesondere der Direktorin Frau Sandra Peetz-Rauch, für ihr wiederkehrendes finanzielles Engagement danken und nicht minder wichtig für uns, dem Förderkreis Kunstsaal Jesuidenkirche, namentlich vertreten am heutigen Abend durch den Vorsitzenden, Herrn Professor Weismüller. Vielen Dank. Frau Peetz-Rauch lässt Sie alle herzlich grüßen und entschuldigt sich für die heutige Öffnungsfeierlichkeit, weil sie terminlich leider verhindert ist. Sie hat sich aber bereits heute Nachmittag die Ausstellung exklusiv im Rahmen der Spendenübergabe anschauen können. Und sie hat mir auch versprochen, wieder zu kommen. Doch es gäbe nichts zu unterstützen, wäre mein Bemühen, die Albert-Weisgerber-Ausstellung zu uns nach Aschaffenburg zu holen, bei Frau Fischer als wissenschaftliche Leitung der Albert-Weisgerber-Stiftung nicht auf offene Ohren gestoßen. Ich möchte Ihnen, liebe Frau Fischer, herzlichst danken, dass Sie in so großzügiger Weise diese Ausstellung erst für uns möglich gemacht haben. Für die Kooperation, die zwischenmenschliche Zusammenarbeit sowieso. Durch unsere vorgeschlagene Kooperation konnten Sie auch Ihren Stiftungsvorstand überzeugen, uns fast Ihren gesamten Stiftungsbestand zu leihen. Das ist keinesfalls selbstverständlich und birgt für Sie ein nicht zu unterschätzendes Risiko, da Sie, wie wir bereits gehört haben, in St. Ingbert ein Museum bauen, das Weisgerber gewidmet sein wird und damit diese Werke auf Dauer für Besucher zugänglich gemacht werden sollen. Und so hatten wir, sowohl aufgrund des reinen Volums, es sind viele Werke gewesen in den Transportkisten, als auch aufgrund der Risikoverteilung allein zwei Kunst-LKWs, die uns die wertvolle Fracht aus St. Ingbert im Direkttransport anlieferten. Fast wie bei König, Sie kennen das, man fliegt mit zwei Flugzeugen. Bei dieser Ausstellung können wir übrigens auch mal einen besonderen Zugang zu den Bildern aus kindlicher Sicht bieten. Jedes Kunstwerk erzählt aus der Sicht eines Kindes eine ganz besondere Geschichte. Gemeinsam mit den Klangkünstlern Katharina Bieler und Stefan Scheib vom Liquid Pink Penguin Ensemble haben Schüler und Schülerinnen der Klassenstufen 5 und 6 des Albertus Magnus Gymnasiums in St. Ingbert im Rahmen eines kunstpädagogischen Projektes aus Geschichten und Textcollagen zu neuen Bildern des Malers im Tonstudio originelle Hörspiele für Kinder produziert. Vielleicht für Sie alle ein Anreiz, mit Kindern, Enkelkindern unterm Arm doch mal zu kommen und auch mal diesen Zugang zu den Bildern zu erproben. Die von den Kindern besprochenen Werke sind mit einem entsprechenden Icon oder Symbol auf dem Label gekennzeichnet. Dass wir diese Hörspiele unseren kleinen Besuchern über Audio-Guides kostenlos zur Verfügung stellen können, verdanken wir ebenfalls Ihnen, liebe Frau Fischer. Ebenso gilt mein Dank den Kollegen der anderen leihgebenden Museen, die unsere Präsentation mit bedeutenden Weißgerberwerkgemälden ihrer Sammlung ergänzen. Sie haben es schon gehört, das namentliche der Hamburger Kunsthalle zu erwähnen, das Landesmuseum Oldenburg, das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern und das in unserer Nähe liegende Museum Georg Schäfer in Schweinfurt. Dank gebührt aber auch unserem Team, allen Führern meiner Kollegin Jessica Eschenbach aus dem Ausstellungsbüro der Kunsthalle, dem eingespielten Hängeteam Herrn Eckert, Herrn Kramp, Herrn Schwentner, Herrn Oecke und Herrn Zoller. Den beiden zuletzt genannten gebührt zudem der Dank, die Ausstellung im wahrsten Sinne des Wortes ins rechte Licht gerückt zu haben. Besonderer Dank gilt wie immer unserer Restauratorin Frau Dennecke, die die Zustandsprotokolle verantwortet und auch das Auspacken und die Hängung zusammen mit den Kurierinnen, der vom Landesmuseum Oldenburg und der Hamburger Kunsthalle begleitet hat. Ja und nicht genug Dank kann ich immer dem technischen Dienst, besonders Herrn Frey, aber auch den Kollegen Herrn Baude und Herrn Lübbe, die eigentlich bei jeder praktischen Umsetzung in irgendeiner Form gefordert sind und auch wieder am heutigen Abend. Die Herren stehen dort hinten. Vielen Dank. Für die feierliche Musikalische im Rahmen möchte ich Anna und Felix Spicker ganz herzlich danken und auch für die Aufregung, die wir erzeugt haben. Wir haben deshalb auch ein bisschen Verzögerung gehabt, weil wir wohl noch nicht ganz eindeutig kommuniziert hatten, dass es um 18 Uhr schon beginnt. Also von daher, also ganz herzlichen Dank und es war wirklich wunderbar, wie schnell Sie sich konzentrieren konnten. Ihr Gitarrenspiel lässt uns etwas in die Atmosphäre der Künstlerfeste des Fiens des Siecles um 1900 tauchen, auf denen Albert Weisgerber in München wie auch in Paris anzutreffen war. Einem der berühmtesten Künstlerfeste in Paris, dem Ball des Quatre Sars, also dem Ball der vier Künste, widmete Weisgerber gleich drei Gemälde, die in der Absicht der Kunsthalle wieder zusammengeführt werden. Im Schweinfurter Ausstellungskatalog zu Albert Weisgerber schrieb Sigrid Bertuleit 2008, Zitat, Ob des disparaten Motivschatzes, Duktus und Koloriz des Künstlers ist und bleibt eine Weisgerber-Ausstellung bis zum heutigen Tag ein Geschehen in Uneindeutigkeiten. Und Max Beckmann, einer der zentralen Künstlerpersönlichkeiten der klassischen Moderne, vermisste, sah anscheinend Albert Weisgerber, als er bei Erhalt der Todesnachricht äußerte, Zitat, Albert Weisgerber ist im Westen gefallen. Es hat mich tief erschüttert. Lassen Sie uns den heute nahezu vergessenen und doch von seinen Künstlerkollegen so sehr geschätzten gemeinsam wiederentdecken. Applaus Applaus Künstlerkollegen 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 Amen. Amen. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Euler, sehr geehrter Herr Dr. Schauerte, liebe Frau Dr. Lattleif, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr mit Ihnen gemeinsam heute in Aschaffenburg die aktuelle Albert-Weisgerber-Retrospektive mit einer Vielzahl von Werken der St. Ingberter Albert-Weisgerber-Sammlung zu eröffnen. Albert-Weisgerber, 1878 in dem damals noch bayerischen Industriestädtchen St. Ingbert an der Saar geboren, wie wir gerade eben auch hörten, war Zeit seines Lebens in besonderer Weise mit München, seiner geliebten Wahlheimat, verbunden. München hatte ihn künstlerisch geprägt und ihm Anerkennung als führenden Vertreter der Moderne gebracht. Der Absolvent der Münchner Akademie war nicht nur Mitbegründer und erster Präsident der Neuen Münchner Sezession, sondern hatte sich auch als ständiger Mitarbeiter der modernen Münchner Zeitschrift Jugend mit exzellenten Zeichnungen einen herausragenden Namen gemacht. Für das progressive Unterhaltungsblatt, das um 1900 zur Namensgeberin des Jugendstils wurde, schuf er rund 500 Illustrationen, Brotarbeiten, die sein Münchner Künstler-Dasein als auch seine Reisen nach Frankreich und Italien ermöglichten. Albert Weisgerber gehörte wie August Macke und Franz Marc zu jener aufstrebenden Maler-Generation, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Weg in die Moderne vorausgegangen ist. Zur Verwirklichung seiner künstlerischen Ziele blieben dem Maler jedoch nur wenige Jahre vergönnt. 1915 fiel er mit nur 37 Jahren als Leutnant und Kompanieführer bei Frommel in Französisch-Landern. Damit fand sein junges, vielversprechendes Künstlerleben im Ersten Weltkrieg ein jähes Ende. Gleichwohl hatte Weisgerber bis zu seinem frühen Tod mit mehr als 400 Gemälden sowie unzähligen grafischen Arbeiten ein umfangreiches und vielschichtiges Oeuvre von hoher künstlerischer Qualität und Individualität geschaffen. In der kurzen Zeit seines künstlerischen Wirkens vollzog sich in seiner Arbeit eine rasante Entwicklung, die maßgebliche Position der Moderne vom Jugendstil über den späten Impressionismus bis hin zu einem Expressionismus eigener Form und Prägung durchlief. Hierbei schuf er ein facettenreiches Werk, das die deutsche Kunst um einen essentiellen Beitrag bereicherte. Weisgerbers elementare künstlerische Begabung wurde früh erkannt und gefördert. Nach einer Lehre als Dekorationsmaler in der Kreisbau-Gewerbeschule in Kaiserslautern zog es den jungen Maler in die Bayerische Metropole. Seit 1894 Schüler an der Kunst-Gewerbeschule schaffte er 1897 den Sprung an die Münchner Akademie, wo er sich neben Künstlern wie Vasily Kandinsky und Paul Klee zu den viel beneidenden Schülern des Malerfürsten Franz von Stuck zählen durfte. Auch Hans Pohrmann und Gino De Finetti, mit denen ihn seit der Akademiezeit eine lebenslange Freundschaft verbannt, gehörten zur Riege der Stuck-Schüler. Weisgerbers studentische Laufbahn an der Akademie, wo er die dunkeltonige Palette von Stuck, Leibel und Schuch kennenlernte, führte in schnellen Schritten in die vordere Reihe der Avantgarde. Seit 1901 dem stellte Weisgerber in der Sezession aus und war damit im Kreis der fortschrittlichen Münchner Kräfte aufgenommen. Die interessantesten Geister seiner Zeit zählten zu seinen Freunden und Wehgefährten. In den Einschlägen Schwabinger Künstlercafés pflegt er zahlreiche freundschaftliche Kontakte zu Malern, Literaten und Konturschaffenden der unterschiedlichsten Couleur. So etwa zu Ludwig Schaaf, Erich Müsam, Max Halbe, Joachim Ringelnatz, Karl Arnold, Alfred Lörcher oder etwa Alfred Kubin. Von einzelnen von ihnen schuf er eindringliche Porträts, wie jenes seines Mäzens Ludwig Prager, das in der Ausstellung zu sehen ist. In München hatte Weisgerber 1904 im Café Stephanie auch Margarete Pohl eine Malerin aus Prag kennengelernt, der er das Gemälde Dame mit Windhut widmete. In der Manier einer gepflegten Salonmalerei setzt er seine künftige Braut in dem opulenten Bild wirkungsvoll in Szene. Das Gemälde bildet den Auftakt einer ganzen Reihe von Bildern seiner späteren Ehefrau. Weisgerber, der sich trotz vielfältiger Kontakte zur Avantgarde keiner der revolutionären Künstlergruppen anvertraute, erwies sich auf seinem Weg zu künstlerischer Selbstständigkeit als ausgesprochener Grenzgänger diversen Anregungen gegenüber offen, die er gleichwohl zu einer eigenständigen Bildform umzudeuten musste. Neben dem Einfluss der dunkeltonigen Malkultur der Münchner Schule wurde sowohl die Lichtmalerei des Impressionismus als auch der Expressionismus mit seiner psychischen Ausdruckskraft der Farbe richtungsweisend. Maßgebliche Impulse erhielt der Maler in Berlin, wo ihn 1905 die französischen Impressionisten nachhaltig beeindruckten. Unversehens reiste er in die französische Metropole von 1905 bis 1907 mit Unterbrechung fast zwei Jahre hinweg zum legendären Künstlertreff des Café du Dom gehörte. Dort wurde er mit Matisse persönlich bekannt und traf sich mit einer bunten Schar aus Deutschland angereister Künstler, darunter Rudolf Levy, Hans Poormann, Jules Pasquin und viele andere. Wie schon in München konzentrierte sich der Maler auch in Paris insbesondere auf Porträts. Sie sehen hier ein Bildnis des Malers Adolphe Olivier. Eine kolorierte Federzeichnung, die Sie in der Ausstellung sehen werden, zeigt ihn mit Freunden bei einem seiner Pariser Streifzüge. In mannigfaltiger Weise war Weisgerber in Paris mit den modernen Kunstströmungen in Berührung gekommen, hatte sich mit der alten Kunst ebenso auseinandergesetzt wie mit der Avantgarde. Einfluss gewannen vor allem Cézanne, Toulouse-Lautrec, aber auch Matisse, der 1905 bei seinem Auftritt im Kreis der Faux einen wahren Skandal auslöste und letztlich Manet, dessen legendäre Olympia, offenkundig den Anstoß zu Weisgerbers monomoterem Akt der Miss Robinson gab. Das spezifische Pariser Milieu des Varietés, des Theaters, des Zirkus und des Cabarets, das dem Wunsch des Fin des Siegles nach Verdrängung der Wirklichkeit Ausdruck gab, fand in einer ganzen Reihe von Bildern Weisgerbers malerisches Interesse. Im Pariser Café von 1906 ist das Vorbild von Toulouse-Lautrec nicht allein im motivischen, sondern gleichwohl in der karikaturistischen Verdichtung der Szenerie offenkundig. Der Ort bleibt austauschbar, die Menschen unpersönlich, die Einsamkeit und Selbstentfremdung des modernen Großstadtmenschen wird zu Weisgerbers eigentlichem Thema. Eine Annäherung an Matisse hingegen bezeugen Weisgerbers Bilder des Ball des Quers, ebenfalls aus dem Jahr 1906, die nach dem berauschenden Sommerball an der École des Boussards entstanden. Die Palette hat deutlich an Farbigkeit gewonnen. Weisgerber folgt der Intensität der reinen Farbe eines Matisse jedoch nur bedingt. Im Gegensatz zu dem großen Franzosen dämpft er deren Leuchtkraft und Vitalität zugunsten eines vielstimmigen Kolorismus, der den Einfluss der dunkeltonigen Münchner Malerschule noch spürbar erahnen lässt. Paris besaß für Weisgerber zweifelsohne eine katalysatorische Kraft, stürzt den Maler jedoch in eine tiefe Schaffenskrise. Ich zitiere, mein Pariser Aufenthalt ist ein einziger moralischer Kater, der mich so arg mitnimmt, dass er mir manche Stunden lang alle Lust zu malen vergeht, klagt er 1906 in einem Brief an den Freund und späteren Bundespräsidenten Theodor Heuss. Das Ringen um Stihl, so konstatiert er, verlangt Bären Kraft. Weisgerber blieb auch nach Paris ein Suchender, geworfen zwischen die Zeiten und schwankend zwischen den künstlerischen Lagern und Vorbildern. So begegnet man 1906 trotz der neuen phoistischen Attitüde fast zeitgleich stimmungsvollen Porträts im sublimen Klang eines James Mac Whistlers und nur wenige Zeit später im Jahr 1907 zeigen sich seine Figuren von feinsten Farbtonmodulationen im Zuge einer facettenreichen Cezanne-Rezeption durchwoben. Weisgerbers Schlafende vor 1907 entfaltet eine fast ätherische Malerei. Die farbige Zusammensetzung des Weiß und die Realisierung des Lichtes und Schattens aus Farbstufen erinnert an Cezannes farbkonstruktive Methode und an die farbgeschichtlich neue Bedeutung des Weiß in den Werken des großen Franzosen. So auch in der Atelier-Szene aus dem Jahr 1908 mit ihrer rätselhaften Abgewandtheit der Figuren und der Liegenden im Vordergrund. Eine Szene für die Weisgerber, die expressive Bildform wählte, die etwa Gmunk als Vorbild ins Gedächtnis ruft. Maskenhaft anonym erscheinen die Gesichter der dort versammelten Gesellschaft, deren Leidenschaften und Begierden sie jedoch nicht tatsächlich zusammenführt. In ihren Haltungen und Gesten gleichsam erstarrt, offenbart sich in ihnen die schneidende Erkenntnis einer unüberbrückbaren Verlassenheit und Einsamkeit des Menschen. Diese Einsicht und Erfahrung hinterließ in der Malerei des Künstlers in den nachfolgenden Jahren ihre Spuren. Einer im weitesten Sinne humanistischen Tradition verpflichtet, war die zentrale und tragende Thematik des Weisgerberschen Schaffens von Beginn an das Menschenbild. Immer und immer wieder hat der Künstler nicht nur andere Menschen, sondern sich selbst dargestellt, um letztlich in elementaren Themenfindungen, Fragen der menschlichen Existenz zu ergründen. Weisgerbers Hinwendung zu religiösen und mythologischen Stoffen steht hierbei zweifellos im Zusammenhang mit seiner Entdeckung der italienischen Renaissance-Kunst, mit der er sich auf mehreren Reisen nach Italien eingehend beschäftigte. Wie seine expressionistischen Kollegen ließ Weisgerber sich zudem durch die Lektüre der Schriften von Nietzsche, Dostoevsky, von Balzac und Wedekind, aber auch von der Bibel inspirieren, die die Anstoß für viele seiner Werke gab. Themen von Leid und Tod, von Kampf und Überwindung rücken nun in den Blickpunkt seiner Aufmerksamkeit und bestimmen die malerischen Gehalte der Spätzeit. Schwermut liegt über der späten Kunst Albert Weisgerbers. Wenn es ein Motiv gab, das ihn immer wieder faszinierte, dann war dies der heilige Sebastian. In dieser Ausstellung sind einige Fassungen des Themas zu finden. Man hat mit Recht vermutet, dass sich Weisgerber in Sebastian selbst dargestellt hat. Seit Alters her galt der Heilige als Symbolgestalt des Künstlers, in seiner Rolle als Außenseiter und Märtyrer der Gesellschaft. Nacktheit und Verletzlichkeit, Ausgesetztheit und Ohnmacht, Ausgrenzung und Isolation, aber auch Erlösung, Sehnsucht und Gottvertrauen geraten in der Leidensfigur des Sebastian zur metaphorischen Spiegelung von Welterfahrung. Der Heilige wird zum Seelenverwandten des modernen Künstlers. Mit David und Goliath sowie dem alttestamentlichen klagenden Jeremia griff Weisgerber auf weitere Bildinhalte der europäischen Geistesgeschichte zurück. Seine ergreifenden Darstellungen des Proveten Jeremia, denen zahlreiche zeichnerische Studien vorausgingen, erinnern in der Anlage der Hell-Dunkel-Werte sowie der Drastik ihrer Verbildlichung an die Bildwelten El Grecos. Weisgerber erreichte hier einen Höhepunkt auf dem Weg zur expressiven Bildform. Doch nicht nur in seinem künstlerischen Schaffen, auch im gesellschaftlichen Leben erlangte Weisgerber steigende Anerkennung. Er beteiligte sich an vielen Ausstellungen, 1912 etwa bei Paul Kassirer in Berlin, im Kunsthaus Zürich, bei Scharmes in Frankfurt und vor allem an der berühmten Sonderbund-Ausstellung in Köln. Öffentliche Sammlungen interessierten sich verstärkt für seine Werke. Mit der Ernennung zum Vorsitzenden der 1913 von ihm mitgegründeten Neuen Münchner Sezession stand er schließlich an der Spitze einer der progressiven Künstlervereinigungen jener Jahre, deren erste Ausstellung er 1914 noch ausrichtete. Zahlreiche prominente Namen wie Max Beckmann, Erich Heckel, Max Pechstein, Hans Pechstein, Hans Pechmann, Karl Hofer und etwa Oskar Kokoschka fanden sich unter den ausstellenden Künstlern. Doch nur wenige Zeit nach Kriegsausbruch erfolgte Weisgerbers Einberufung als Soldat. Das noch offene Lebenswerk, das er 1914 in seinem Atelier zurückließ, offenbarte eindrucksvoll sein großes künstlerisches Potenzial. Während in Deutschland 1905 mit der Gründung der Dresdner Künstlergemeinschaft die Brücke die Geburtsstunde des deutschen Expressionismus eingeläutet wurde und 1912 der Blaue Reiter in München die radikale Wendung zur Abstraktion vollzog, beschritt Weisgerber im Kreis des Münchner Expressionismus einen Sonderweg. Im Gegensatz zu einer Moderne, die die Loslösung von der sichtbaren Wirklichkeit zu erreichen suchte, blieb Weisgerber einer im weitesten Sinne humanistischen Tradition verpflichtet, die den Menschen in den Mittelpunkt seines künstlerischen Fragens und der malerischen Reflexion rückte. Sein künstlerisches Selbstverständnis war hierbei aufs Engste mit der Wertschätzung der Tradition und dem Gedanken ihrer Fortführung verknüpft. Die Auseinandersetzung mit der französischen Kunst, insbesondere der nachhaltige Einfluss Cezannes, die Entdeckung der Kunsthans von Maries und nicht zuletzt auch die Verehrung der großen Meisters des Quattro und Cinquecento ließen seinen Weg greifen und wurden auf dem Weg zu künstlerischer Selbstständigkeit impulsgebende Leitbilder. Weisgerber, dessen Werk epochale Brüche und Spannungen durchlebte, suchte eine vermittelnde Position zwischen den Avantgarden. Immer im Aufbruch, tastend und suchend, vollzog sich seine Bildsprache mehrgleisig und erwuchs im Spannungsfeld der großen europäischen Malerei. Unbeirrt ging er hierbei seinen Weg, von dem er sich auch durch häufige Selbstzweifel und immer wiederkehrende Phasen der Mutlosigkeit nicht abbringen ließ. Ohne Unterlass suchte sein grüblerischer Geist nach neuen Antworten auf die uralten Fragen nach dem Sein des Menschen. Die Welt Albert Weisgerbers ist von hoher Sinnlichkeit. Sie ist auf das Leben geöffnet und doch in höchstem Maße gefährdet. Sie kennt die Unruhe und Erregung großer dramatischer Geschehnisse ebenso wie die Stille des natürlichen Daseins. Werk und Person Albert Weisgerbers durchlebten eporale Spannungen und Brüche. Auf seine Zeit reagierte der Künstler seismografisch. Als eine Gestalt des inneren Aufbruchs war Albert Weisgerber für seine Zeit ein Neuerer, ein Moderner, der sich einer hohen Malkultur verpflichtet wusste und der in seinen Schöpfungen der expressiven Bildkunst neue Weisen ihrer Gestaltung erschloss. Als leidenschaftlicher Mitstreiter im Ringen um die Moderne steht Albert Weisgerber mit seinem Leben und Schaffen beispielhaft für den künstlerischen Aufbruch einer ganzen Generation zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ohne seine Kenntnis bleibt das kunstgeschichtliche Bild jener spannenden Epoche vor dem Ersten Weltkrieg unvollständig. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche der Ausstellung in Aschaffenburg viel Erfolg. Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.